Jut, Leute, wir haben alle die Spiele gesehen und die letzten fünf Runden. Boah, Leute, 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 seid ihr heute mal schnell? Wir haben 46 Minuten, es bleiben aber noch fünf Runden. Die Frage ist, wer wird wohl heute gewinnen? Ich hoffe mal Peach. Aber ich meine, Einschätzen sind ja total anders. Kommen wir aber zum aktuellen Stand. Hades auf Platz 1, Luigi auf Platz 2, Mario auf Platz 3 und Yoshi ist wieder unser ewiger Loser. Wer wird der große Superheld? Ich glaube, es ist Luigi. War wieder, wie immer. Luigi ist ja superheld, der kriegt gleich noch einen Bonustern. Leute, er darf nicht gewinnen, ne? Auch wenn ich ein Spiele, er darf nicht gewinnen. Ja, dann kack die Minispiele, fang herauf, Münzen zu sammeln und, äh, für alle Ereignisfäder. Dann müsst ihr mal mehr Münzen gewinnen und alle drum und dran. Ich kann doch nicht nichts machen. Dann ist das Spiel auch hoch. Er hat kein Geld. Oh nein. Ach so. Ey, das gibt es nicht. Komm, jetzt eine 10. Komm. Wow. Ne. So. So, jetzt sorgf jetzt dafür, dass du weniger Münzen hast, ne? Ja, bitte. Aber du kriegst eine besondere dafür. Ein Sammlerstück. Benni aus dem Jahre 1800. Oh ja, echt hier? 20 Münzen. Das könnte sich Luigi gerne. Guck mal, Leute. Ist das jetzt besser? Ich bin jetzt bei 95 nur noch. Aber du kriegst trotzdem... Ja, aber du hast dich doch mal über 100. Ja, aber du kriegst trotzdem einen Bonus-Stern wegen deinen über 100. Ach, stimmt. Kacke. Aber Peach ist doch zweimal auf Fragezeichen bekommen. Das heißt, sie bekommt auch einen Fragezeichen-Stern. Wartet mal eben. Ja, da warten wir mal noch ab. Ey, bitte sag mal nicht, dass Luigi gewinnt. Ich würde es nicht machen, weil entweder schaffe ich das jetzt, weil ich hoch würfel, oder in der nächsten Runde schaffe ich es... Nee, in der nächsten Runde schaffe ich es nicht. Doch. Nee, weil der nach oben geht, der Blaue. Nein, nein, nein. Geh nochmal auf die Karte. Geh nochmal auf die Karte. Der Blaue ist jetzt unten. Ja. In der nächsten Runde ist der oben. Ja, stimmt. Stimmt, dann ist der oben. Also, ja, dann würde ich eher sagen, mach den jetzt hoch. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass... Wobei, warte. Ja, doch. Stimmt. Ja. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich hoch genug würfel, ist sehr gering. Und jetzt, wenn du hoch würfelst jetzt, dann ist es schon belassen und spätestens, wieso wollt ihr jetzt schon wieder Luigi einen Stern nennen, theoretisch, wenn er es schaffen soll. Ich bin halt ja, um den Stern jetzt erstmal da wegzubekommen. Den Stern könnt ihr immer noch abnehmen später. Ah, gut, okay, stimmt. Und dann holen wir den... 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 Ja. Stimmt, da war ja was. Dann kommt... Dann müssen wir Piech... Äh, Münzen geben. Damit sich der nächste Stern klauen kann. Okay, du hattest recht, du hättest echt in Nähe schafft. Okay, dann holen wir jetzt hier noch. Und dann holen wir noch mal ne Münze raus. Uh, eine ganz besondere. Ist auch ihr Geld wert. Also, eher damit. Borussia, der Geld-Schuldeneintreiber. Ja, ey. Oh, wir sind wieder im Team. Gebrüder im Team gegen die anderen mit Rasin. Oh Mann, warum er überhaupt abfahrt? Da, wo wir cheaten. Was soll denn das heißen? Das ist eh immer ein Cheat oder was? Also, die ganze Zeit A-Spam, ne? Genau, jetzt erst A-Spam, A-Spam, A-Spam. Und dann... Sieh hinter uns. Oh, wir haben wieder einen Vorsprung. Komm, Windschatten. Dann geht uns weg, Cheat. Weg mit euch. Als ob. Ich, du brauchst Münzen. Yoshi, haut mich die ganze Zeit nebenbei. Ja, du brauchst Münzen. Beeint, Peach. Ich sag nicht so weiter, bis du endlich genug Münzen hast. Wow, Alter, das wäre jetzt knapp gewesen, Kompöf. Oh Gott. Äh, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu schnell. Willst du mir bremsen? Nein. Doch, kam an. Echt nicht. Ich will nicht bremsen. Bremst doch einmal. Wie lustig. Wir müssen auch Münzen. Nein. Leute. Leute, macht Platz. Wie hinten heranstoßen. Leute. Peach braucht Münzen. Peach braucht Münzen. Hey. Ey, ihr seid echt im Weg. Ich glaube, die richtige Zeit. Oh, was? Wie richtig geil. Wie geil war das denn? Ja, aber ich muss jetzt zum Ende mal sagen, da wir das jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal haben, das finde ich halt richtig scheiße an diesem Spiel, dass du so krass ausgebremst wirst, wenn du bei einem anderen Hinten drauf wärst. Ja. Das ist nämlich, ich finde das auch echt viel zu krass. Weil der hat eigentlich keine Chance mehr, dann aufzuholen. Bist du tot? Oh, ich bleib noch ein bisschen hier. Komm, aber jetzt keine Eins. Ich krieg einen Stern. Gott sei Dank. Ich glaub, du wirst es wieder gewinnen. Nee, wenn ich nicht. Bitte nicht. Nicht mit Luigi. Das wär so blöd. Das wär richtig. Luigi spielt mal eine Runde mit und zack, gewinnt der. Ey, das ist kein Gewinn, wenn Luigi winnt. Ey, habt ihr nicht so. Hier den Stern. Hol dir gleich den nächsten, denn ich bin hier drüben. Ja. Guck dir den an. Glitzern tut der. Gerade für Luigi gemacht. Nein, Toad. Wirklich. Ist okay. Nein, ich glaub, ich krieg ihn. Je nachdem. Jetzt noch Pflanzenöpfen, dann würd ich lachen. Das hast du die ganze Zeit findest. Sammel kein Geld. Doch. Es bringt ja sowieso nichts, nichts zu sammeln. Ich find das Pflanzenöpfen aber cool. Ich mag das Unispiel. Ja, hattest du das jemals einmal bekommen? Einmal als Einzelspieler. Also wohl nicht mit euch zusammen. Ja, das mein ich. Guck mal, Luigi ist mit dabei und direkt kriegt er das Spiel, was er die ganze Zeit haben will. Lol. Luigi ist echt ein Cheater. Ja, moin. Der holt sich die Schütze, wie sagst du euch. Warum hast du nicht Luigi gewählt? Ich wollte schön aussehen. So wie Wheelife. Also darüber müssen wir noch reden. Boah. Fuck. Lol. Du kriegst ja kein Kakao mit Milch, erstellt mit Wasser. Danke. Leider ist unser Kakao mit Wasser leer. Muss ich mir neu kaufen. Das gehört, Männer. Die trinken Kakao mit Wasser. Na, schade. Das schmeckt lecker. Fast 30 Münzen. Ist schon ein bisschen zu wenig. Bisschen. Ja, Luigi hat ein bisschen zu viel Geld eingesammelt. Aber das Minispiel ist einfach, ich finde es cool. Pflanzen hüpfen finde ich cool. Auch wenn es unfair ist, wegen den ganzen Münzen, die man da bekommen kann, aber es ist trotzdem cool. Ja. Mario. Ja. Ich bin schon mal bei. Ich bin geschlafen. Ja, ich glaube auch. Der dachte sich Pflanzen hüpfen. Nee, jetzt schlafe ich erst mal. Will das auch schneiden? Oh nein. Explosive Bombearm. Ihr wisst ja wieder. Kommt die Bombe zu mir. Alles klar. Wenn nicht so will. Okay, alle auf Yoshi. Nein. Nein. Ich will nicht mal wieder explizieren. So, ich wollte mal kurz, ne. Äh. Wie geht es dir, Jungs? Ja, das dauert nicht. Ey, weg mit der. Weg, nein, nein, nein. Nein. Jawoll. Alter, dieses Lachen. So ist ihr originales Lachen. Ja. Ich habe es ja von meiner Bruder gehabt. Fuck. Sehr, sehr gruselig. Jetzt habe ich definitiv Respekt und Angst. Ja. Ey, ihr müsst ihr mal erleben, wenn ihr mit ihr privat spielt, Alter. Die ist total schlimm. Boah, jetzt hast du nicht mal so viel Geld, um meinen Stern zu klauen. Ernsthaft? Egal, da traue ich dir ein bisschen Kohle. Ah, nee, ich muss dir Mario-Kohle klauen. Wegen dem Kreis. Stimmt, wegen dem Kreis, ja. Ich bin drunken. Geh wieder drunken. Mario, tut mir so leid. Ich bin drunken. Ich bin drunken. Ich bin drunken. Ich habe nichts gegen Mario. Oh nein, es ist so schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gib mir doch gleich alles, was er hat, der braucht er nicht. Guck mal, jetzt hast du so viele Münzen wie ich. Ach so, wir sind ja jetzt schon in der... Ich habe das Gefühl, dass der München gewinnt. Nee, guck mal, wir sind beide Erste. Guck mal, Yoshi, du kannst die Sterne holen. Du kannst die Sterne holen, du spielst mit. Aber die Sache ist halt wie, du kriegst ja schon mal einen Bonus-Stern. Muss nicht unbedingt sein. Kann ja auch sein, dass er auch wieder zwei, drei Sterne bekommt oder so. Hier, bitte, ein Stern. Oh, ich bin... Ich werde hier reich langsam. Ich glaube, ich muss doch mal die anderen Positionen benutzen. Dann werde ich nicht so reich. Komm vor, Komm vor, Peach. Mehr oder weniger vor dir sogar, oder? Ja. Ist doch gut. Na ja, mehr oder weniger. Mach das nicht. Nein, ich will Karte ansehen. Weil gerade ist diese blaue Tor geöffnet. Nächste Runde ist es geschlossen. Ja, deswegen. Und dann kannst du dir den Stern holen. Na, egal. Na, vielleicht gewinnt er sogar eine Rubin noch. Aber Hades irgendwie nicht. Ja, ich auf keinen Fall mehr. Sei dir mal nicht so sicher. Denk dran, wo ich gesagt habe, schaffe ich nicht mehr. Mit meinen 40 Münzen. Ja, ich hatte... Ich habe keinen Münz-Bundesstern. Meine Spiele sind bei mir jetzt auch noch nicht so gut gelaufen. Oh nein, ich freue mich. Feuer springen. Oh, das ist doch schön. Ich verkack's zwar, aber... Ja, aber bin ich vollkommen zufrieden mit. Ich hab's damals immer noch nicht richtig verstanden. Einfach nur springen, während die Flammen unter dir sind. Also, schon ein bisschen vorher, ne? Ich dachte, wenn sie übermischen. Ja, dann solltest du auf jeden Fall springen. Oh nein! Peach hat sich ihr Hintern verbrannt. Und vor allem, dass halt... Das nicht so ist der Last Man Standing, sondern so... Der Erste, der trifft. Das wird standing, aber ein bisschen witziger. Das auf jeden Fall. Das wäre viel spannender gewesen. Zwei Runden sind's noch. Rubin kann den Stern definitiv noch holen. Hm? Oh, das war dumm. Wer hätte ja eigentlich auf den Pilz gekommen? Luigi muss Geld ausgeben. Aber nicht auf die Art beklauen. Äh, wem muss ich jetzt beklauen? Yoshi. Mich, ich glaube... Nee, oder mich? Nein. Peach. Du musst Peach. Ich muss Peach. Ja. Oh Mann, der muss sich am mindsten klauen. Funke. Funke. Aua, zu viel Geld. Danke fürs Funke. Ich glaube, heute ist Buhu glücklich. Hat einen Stern geklaut. Ist auch viel in den Grünzen. So, keine Eins, Yoshi. Danke. Ah, der Nächste hat einen Stern. So, bitte tauch direkt bei Peach auf. Vor Peach Nase, ja? Ja, das kann ich aber nicht bestimmen. Ich mache hier nur Urlaub. Ich bin nur ein Gast. Echt? Das ist Paragelien. Das ist eine Hammerlüge. Dann musst du arbeiten. Nee, ich arbeite doch nicht in meinem Urlaub. Ich verschenke nur Sterne, indem ich 20 Münzen noch einhalten soll. Ah, du verdienst Geld. Nee, das ist nicht wahr. Das ist gelogen. Ihr schenkt mir das persönlich. Den kriegt keiner. Nee, nicht mehr in zwei Runden. Nee. Rubin, Glückwunsch. Du könntest die Map echt gut gewinnen. So, Luigi? Doch nicht. Schade. Nee, nee, nee. Warte nochmal. Mario, wem musst du jetzt noch? Ich war Yoshi. Also Leute, ich sage schon mal so, Buhu braucht danach definitiv eine Behandlung. Also wer eine Behandlung frei hat für Buhu, kann ihn gerne mitnehmen. Ich glaube, die Zeit wird dir nicht gut. Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, er hat einfach nur gedacht, er braucht jetzt Geld. Wir gehen durch. Piranha-Verfolgung? Oh Gott, nein. Ach so. Bitte lass mich unten sein, ich kann oben nie hin. Nee, ich bin unten. Nee, ich bin nicht unten. Ah, komm, dann kriegen wir hin, Leute. Ich bin unten. Ja, aber denkt dann nach und nach, ne? Nicht gleichzeitig. Was müssen wir machen? Äh, springen. Also springen und entstampfen Attacken mit der Leertasse bei mir. Wenn sie unter uns ist. Ja. Ach, ich... Hä? Ach so, was muss ich denn jetzt zurück? Also... Du musst es extra hin. Robin, so leicht musst du den Sieg und Kessler auch nicht hin. Ich habe mir das gesagt, er ist einfach so. Er fällt einfach so los. Nee. Ich war ja noch nicht unten. Ach so. Ich dachte, du warst schon einmal unten. Nein, ich war noch nicht einmal unten. Ja gut, dann... Schwierig. Du bist schlägen. Ich glaube, der geht einfach so los. Nicht, dass ich... Hier gibt es aber wenig Schansteim, muss ich sagen. Ne, vergleich zum anderen Namen, ja. Ja, zum anderen gab es ja nur Schansteim. Ich glaube gerade, Robin hat drei Sterne und zwei Münzen. Ich glaube, das wird langsam spät bei den Leuten. Sie haben... Sie drehen schon durch hier. Willst du das ja stehen? Äh, hallo? 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 Das war mein Erspartes. Der soll jetzt seine Frau und seine Kinder ein werden. Mit 114 Münzen, echt mal. Der geht in meinem Laden rein, kauft sich eine Dose Milch, wollte ich gerade sagen, alles klar. Eine Dose Coca-Cola und dann ist schon alle weg. Lass mal gegen Rubin. Blumige Münzdusche. Und da kriegt wieder nur Rubin Geld. Gar nicht wahr. Ja, wir kriegen zwei Münzen. Ihr könnt mich nicht runterschubsen, Hades. Du kannst nur runterfallen und dann haben wir alle verloren. Ja. Ach, wirklich? Ja, weil du halt Chefperson bist. Wenn du runterfällst, ist es vorbei. Boah, ich bin Chef, Leute. Hört ihr das? Rubin, ich habe da so feine Fantasy-Karten. Guck mal hier runter. Ja, guck mal, da geht schon eine Münz-Speech hin. Äh, äh, äh. Ja, natürlich. Ich muss alles reden. Ich rutsche. Mein Controller. Ich habe schon gedacht, wie die Ruki direkt läuft. Was? Das war knapp. Ich habe gedacht, das geht schneller auf Null. Ich habe nicht eine Münze. Nicht. Ich habe genug. Das ist so geil. Doch eine. Du hast eine. Eine Münze. Okay. Das ist schon mal die Ehrenmünze. Was? So. Die gewählte Rundezahl ist mal sehr schnell vorbei. Wir haben erst eine Stunde gespielt. Leute, Leute, seid ihr heute schnell. Gut, die Person mit den meisten Sternen ist der Gewinner. Lass uns schauen, wie viele. Marios, tut mir leid. Und Yoshi, du wärst eigentlich jetzt Gewinner. Aber leider müssen wir uns noch anders entscheiden. Durch Münzen und durch Bonus-Sterne. Luigi, Luigi. Jetzt kommen wir auf die Bonus-Sterne. Der Spielstern ist für die meisten Mini-Spiel gesammelten Münzen. Geht an. Luigi. Nein, Leute, hab ich nicht. Komm, die anderen Sterne müsst ihr auch nicht erwähnen. Ey, Luigi darf nicht gewinnen. Der hat für die meisten Münzen. Luigi? Alter. Nein, Luigi hat schon wieder gewonnen. Dieser Charakter ist verflucht. Und Fragezeichen. Das ist... Luigi Mario Yoshi. Peach. Peach kriegt gar nichts. Peach wird einfach mal Dritter. Ich glaube, das Spiel hasst mich. Bist du eigentlich jetzt Dritter oder Vierter? Ey, nein. Ich hab nur eine. Er hat zwei. Hey, Dritter. Du hast wieder gezeigt, dass Luigi echt ein Cheat-Charakter ist. Ja. Also tut mir leid. Das ist schon bewiesen. Das ist ein vierter Mal. Und ich wollte Luigi nur nehmen, weil ich Wario und Donkey Kong schon hatte. Und wir wollten ja eigentlich das Hades gewinnen. Glückwunsch. Was mag nun passieren, nachdem der Mechaniker Luigi an der Maschine war? Der... Die von Stern angetrieben wird. Ah, mal sehen, was schon hier passiert. Also Solarenergie. Interessant. Ist ja umweltfreundlich. Sternenenergie, ja. Sternenenergie. Die Sonne ist ein Stern. Pst. Ein Schiff? Wir sind auf dem Schiff? Oha. Ja, spring! 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 Das ist jetzt mein Schiff? Und nehm ich gerne. Mit Flügeln. Und Peaches Letzter. Was? Ich bin doch der Dritte? Ja, Peaches Letzter geworden. Oh Gott. Der der Erste, der sollte das Letzter. Oh Gott, der arme Buhu, ey. Ja. Ja, wie soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, ne? Der ist einfach nur am Cheaten. Drei Sterne, als wenn die ja beide Drei Sterne hätten. Hätte ich auch noch gewonnen wegen den Münzen. Wie krass war das? 125 gesammelte Münzen. Okay. Ich hab nur 20. Ja, guck mal, was sag ich? Münispielstern, alles klar. Ne, Münstermeldstern. Inspekt. Ja. Das heißt, aber es wird noch nicht, glaube ich, enden. Wir waren doch nicht einmal bei Bowser? Wir waren nicht einmal bei Bowser, nee. Oh, wie viele Münzen wir jetzt schon im Pot haben. Hm. So, aber leider haben wir noch nicht die 100 Sterne zusammen, Leute. Hm. Denn es gibt ja noch ein paar Specials. Ja, das stimmt allerdings. Also eigentlich nur mal komplett einmal eine Runde spielen. Komplett alle Welten. Und dann hätten wir 100 Münzen. Oh, nee. So, warte. Ne, leider sehen wir noch nichts. Denn im nächsten Part gibt es eine bestimmte Sache, was wir noch machen müssen. Wahrscheinlich sogar noch zwei bestimmte Sachen. Aber, wie gesagt, das werde ich jetzt vor allem behalten. Wie, ich verabschiede mich von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ihr könnt gerne bei uns drei eine Bewertung da lassen. Und so. Und um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr auch gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Das war schon wieder drei gesagt statt vier. Wollte ich schon sagen. Ich kann eben halt nicht zählen. Ich war im Mathe eigentlich eh groß und egal. Ebenfalls, bis dann und ciao. Bye, bye. Oh Gott. Hahaha.